Hi, hier ist wieder euer Patrick aus Ungarn. Ich wollte mich erstmal bei euch nochmal bedanken, wir sind jetzt bei knapp 400 Abonnenten. Ich hoffe nach dem Video werden wir die 400 Abonnenten schaffen und ich wollte euch noch sagen, ich bin bei Getter und bei Odyssee und Telegram noch, wer das hat, ihr könnt mich gerne dort auch abonnieren und folgen. Ja, ich wollte halt vielseitig sein, damit ich überall Leute erreiche. Und zwar soll es heute um die Autobahn-Vignettenpreise in Ungarn gehen und da seht ihr hier, das sind die Autobahn-Vignettenpreise von letztem Jahr. Und kommen wir erstmal zu den Preiskategorien. Das ist D1M, das sind Motorräder. D1, das ist PKW. D2, das sind Kleintransporter bis 3,5 Tonnen. B2 sind Busse und U, das sind Anhänger. Und kommen wir zu die Preise. Das sind die 10-Tages-Vignetten. Da haben die von PKW für D1 3.820 Forent gekostet. Und die Monats-Vignette 5.210 Forent. Und jetzt kommen wir zu den neuen Preisen. Dann kostet die 10-Tages-Vignette 5.500 Forent. Und die Monats-Vignette 8.900 Forent. Das ist schon ein gewaltiger Preisaufstieg, sage ich mal. Warum das so extrem ist, weiß ich nicht. Ja, das ist ein bisschen viel, finde ich. Aber man kann eh nichts dagegen ändern. Und wenn man sieht, was zum Beispiel hier ist noch, kann man noch die Preise sehen von 2021. Dort war es für D1 3.640 Forent. Und wenn man das sieht, da sind noch nicht mal 200 Forent-Unterschied. Und jetzt sind das fast 1.700 Forent-Unterschied. Also schon ein bisschen extremer. Ja, wenn man für die Transporter noch sieht. Die 10-Tages-Vignette 7.630 Forent. Und die Monats-Vignette 10.420 Forent. Und schaut die neuen Preise an. Dann sieht man 8.000 Forent für die 10-Tages-Vignette. Und für die Monats-Vignette 12.400 Forent. Das ist auch ein bisschen angehoben. Aber für den Pkw ist es halt extremer, ja. Das hier ist die Jahres-Vignette für 49.190. Und das hier ist die Kommentats-Vignette für 5.720. Also wer, sag ich mal, eine Wohnsitzkarte hier hat, beziehungsweise das Auto halt umgemeldet ist mit ungarischen Kennzeichen, der kann sich die Kommentats-Vignette holen. Das zählt halt nur für ein Kommentat, aber dann kann man sich ja mehrere zusammenholen, wenn man mehrere braucht. Beziehungsweise wenn man nur ein Kommentat braucht, das zählt ja fürs Jahr. Also von 1. Januar bis das andere Jahr, den 31. Januar. Und da kommt man besser weg, ja. Das ist dann fast so viel wie für eine 10-Tages-Vignette. Ja, wie gesagt, ich wollte euch jetzt erstmal die Preise so zeigen, damit ihr wisst, wenn ihr nach Ungarn kommt, was ihr bezahlen müsst, wie die Preise jetzt gestiegen sind. Man weiß nicht, ob die nächstes Jahr dann nochmal steigen. Dann habe ich für euch noch eine Seite, zum Beispiel vom ADAC. Da habe ich jetzt mal so grob die Route, also ich hatte noch ein paar mehr Kilometer, aber so grob die Route, wie ich fahren musste. Ich habe jetzt mal Dresden eingegeben und dann Beuer. Ja, da seid ihr bei knapp 10 Stunden unterwegs. Das sind fast 800 Kilometer und hier unten seht ihr circa, was ihr braucht für Spritkosten oder sowas. Also ich würde ein bisschen mehr mal einplanen, das ist klar. Und hier unten seht ihr dann die Vignetten. Zum Beispiel die tschechische Vignette, 12,66 Euro für 10 Tage. Die tschechische Vignette, 12 Euro und die ungarische umgerechnet 14,56 Euro. Und dann wisst ihr schon mal Bescheid, was das euch alles kostet. Ich habe es so gemacht, weil es ist preiswerter. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Tschechien fahrt und holt euch dort alle drei Vignetten, das ist teurer. Die tschechen, die nehmen dann einen Aufschlag drauf. Ich habe einzeln die geholt, weil das am preisgünstigsten ist. Ich habe auch schon mal übers Internet bestellt. Aber da ist zum Beispiel die slowakische Vignette, ist dann teurer als wie 12 Euro. Und wie gesagt, ich bin einmal in Tschechien, habe ich angehalten, habe mir eine geholt. Dann habe ich in der slowakischen Grenze, habe ich mir eine geholt. Und dann auf der ungarischen Grenze noch eine. Aber wenn ihr nach Ungarn kommt, nicht gleich das erste, wo ihr denkt, ihr könnt euch die Vignette holen. Sondern so 200, 300 Meter weiter, da kommt ein Parkplatz. Und dort mal vorher, das sind Slowaken, die nehmen auch ein kleines bisschen noch Aufschlag. Ja, und wenn ihr euch das bei der ungarischen Seite halt holt, dann kriegt ihr es halt für den normalen Preis, ja. Und ja, so wisst ihr jetzt erst mal Bescheid, was die Vignetten so kosten. Ja, kommt halt darauf an, auf welcher Seite ihr fahrt, ja. Wenn ihr von Ostdeutschland oder so kommt, dann würde ich euch die Route empfehlen. Die ist auch eigentlich die schnellste. Kann man am besten fahren. Wenn ihr halt von Westdeutschland kommt, ja, dann wärt ihr halt bestimmt über Österreich fahren, denke ich mal. Ja, aber wie gesagt, so ist es halt eine gute Route. Ich bin die immer gefahren. Man hat dann kaum Stau. Wie gesagt, Slowakei hat man halt nur ein bisschen, was man fahren muss. Nicht so lange. Ja, muss halt jeder für sich entscheiden, wo er lang fährt. Wie gesagt, dann seht ihr jetzt erst mal, was ihr bezahlen müsst. Und ich hoffe, ich habe euch damit jetzt erst mal geholfen. Ihr wisst jetzt erst mal Bescheid, was ihr für die Vignetten und sowas bezahlt. Wie gesagt, wenn ihr länger wie 10 Tage bleibt, auch wenn es nur, was weiß ich, 14 Tage oder so sind, dann empfehle ich euch, die Monatsvignette trotzdem zu holen, weil damit kommt ihr halt preisgünstiger weg, als wenn ihr euch zweimal zwei 10-Tages-Vignetten holt. Ich hoffe, es war informativ für euch. Lasst ein Abo da, ein Like. Teilt mein Video bzw. meinen Kanal. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Auswandernsee Ungarn Video. Macht's gut, euer Patrick. Ciao.